Ja, weil ich vielleicht auch noch einen Freund haben möchte. Glaubst du denn, dass du heute Abend noch die Frau fürs Leben finden wirst? Vielleicht ja. Ich kann ja nachher mal gucken, ob ich einen Brief habe. Einen Liebesbrief natürlich. Die gibt's an der Liebeswand. Und Liebesengelchen Viktoria hat auch gleich verschiedene Flirtvorschläge im Angebot. Zum Beispiel hier hat es wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist, weil du siehst aus wie ein Engel. Also es sind so, ja, Fahnenwachsprüche. Die Party rockt. Und die ersten Gäste sind auch schon fündig geworden. Dominik schaut sich noch um. Und sie? Die 22-Jährige hat sich schon jemand ausgeguckt. Ist das denn schon jemand, der dir ein bisschen gefallen würde? Ja. Winne. Und da kommt die Liebeswand ins Spiel. Dominik hat Post. Und macht sich auf die Suche nach der Absenderin. Dominik, hast du irgendeine Ahnung, von wem dieser Zettel sein könnte? Ja, aber ich finde sie nicht. Bist du die Junge 15? Ja? 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 Untertitelung des ZDF, 2020